So, der Zeit von den Locken Krieg! Sieh, Leute, wenn ich meine... Ja, wir können auf Twitch jetzt was angucken. Man sieht auch hier, hier kann man in den Sport gehen, das machen wir aber nicht. Wir spielen selber. Sorry, mein Mikro, ich habe das Mikro nicht hingestellt. Sorry! Jetzt wird nämlich gut. Also, wir müssen zurück in den Pass gehen. Und, ähm, ja, wir gucken mal. Wir brauchen noch sechsmal... Ich hab ihn im Schnellchat. Wir müssen noch 19 Tore... Vorlage spielen, oder? In zwanglos anderen spielen. Das reichen drei. Und wir müssen 50 Schüsse machen. Das machen wir jetzt. Unsere kleine Änderung geben. Ich werde in jedem Part... Statt drei, zwei Games spielen. Aber aus dem Grund... Weil die Parts sollen zu lang werden. In jedem Part zwei Matches... Und das war's dann. Die Parts sind sonst zu lang... Und das dauert dann einfach so lang, dass die bisschen hochgeladen sind. Das ist scheiße einfach. Also, ich liebe mein Auto. Das sieht so geil aus. Ich werde, glaube ich, nie wieder ändern. Ich finde das so geil. Jawohl, Champions-Field 3 gegen 3. Wunderbar! Genauso muss es laufen. Beste Arena. Geil. Oh, wir werden reingeschmissen. Roten Tiefe, den Eintor hinten. Ähm... Das ist momentan noch... Bisschen... Äh... Das läuft, irgendwie, nicht nur Probleme. Bisschen... 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 Einen Controller? Jetzt geht's. Jetzt geht's. Bisschen... Bisschen. Jawohl! Bisschen... ist er auf karte macht der torwart jawohl habe ich ein scheiß team oder was ja komm 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 jawohl ok scheiße der ist afk hier schluss mal ins Tor rein so da kann er stehen aber ich muss das habe ich noch eintippen das mache ich jetzt mal kurz so jawohl der swabi ist gut er hat nur nichts gemacht kein schuss kein gar nichts und die sind audio und zwei bots dabei dabei ist allein ich bin auch in einem post oder ja scheiße der meint ist der einzige der noch menschen spieler ist alle anderen beiden sind bots so toll warum warum wieso gehen die raus und das ist doch scheiße einfach nur potz ist so langweilig es ist samstagabend mit der leute online sein 30.000 814 dann muss das spiel gefunden sein wo wo keine bots sind wo wir gewinnen können der bot spielen ist scheiße das ist einfach ja willst du einen extra bonus nicht geben aber ich muss normale modus spielen sonst kann ich das nicht erfüllen da diese komische ja okay auf geht's oh gott es sind wir nicht überhaupt war schon richtig wow was soll denn das da scheiße zu schnell sorry nee nicht sorry alter warum schubst du mich da weg du wichser du kleine huren bock okay parade gemacht naci was was naci was wird das jawoll tor tor für uns okay ich bin jetzt durchgefahren durch die blauen leute wieder durchgefahren Ähm War das ich? Ich glaube Keine Ahnung Ich bin sicher Ob das ich jetzt war Ah scheiße Hätte ich gedrofft Dann habe ich reingegangen Das hat knapp Ah man Tolllässere mein Fehler Mann oh Mann oh Mann Ein Tor reicht eigentlich Aber Das war ein schöner Schuss Oh der war knapp Der war scheiß knapp Jawohl Was mache ich denn? Ich Idiot Wollen wir das Tor absnacken Habe ich scheiße gebaut Fuck Komm mach hinaus Scheiße Scheiße Fuck Das ist ja Ups Tja passiert Tja Okay Ich verlegge ich sein Spiel Wo alles passieren kann Und das findest du geil In OK League Hier kann alles passieren Ja Lass aufbeifahren Okay 30 Sekunden Es gibt da eine Verlängerung. Das wird da eine Verlängerung geben. Ach, zu viel. Overtime! Komm schon! Scheiße! Das ist schön gewesen. Wenn ich ihn noch reingemacht hätte, das ist schön gewesen. Äh, Vincent, warum siehst du nicht ein Tor? Ja, was? Scheiße, Mann! Schade. Schade. Ich wusste, was ich machen sollte. Scheiße, Mann! Schade. Schade. Oh, level up! Nee. 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 Halt die Bühne. Bereit. Genau. Ich habe keine Vorlage gemacht, kein Tor, kein gar nichts. Alles scheiße. Ja, gut, start. Wie die Chaos, okay. Okay, wir sind alleine. Wir warten einfach mal ein Stück, vielleicht finden wir ihn ja noch. Schön. Sind wir durch, dieser Doktor, der, hä? Wir sind durchgemischt. Ich bin auch nicht dabei. Geil! Wir sind offline gegangen. Wir haben bestimmt einen neugestruzierten, der wieder ins Game gejoint hat. Das gleiche. Das glaube ich. Das wird es, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, wie ein Tacho ist nur angezeigt, welche Farbe, damit ich zweifel ins Team ich bin. Glaube ich jetzt mal. Mach kein Tor, weil das Tor bringt mir nichts. Mann, das hätte ich so schnell abschnicken können. War, 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 war gut gemacht. Also. Also, wenn ihr trinken müssen, wäre ein Tor, hätten sie noch retten können. Aber. Es war genau das Tor, wie er uns in der Verlängerung. Dass er das Ziel gekostet hat. Genau so. Genau so. Genau so. Genau so ein Tor. Ja. Da würde ich es nicht mehr so machen. Scheiße. Schade. Bumm gemacht. Es ist ein Witz, aber sind wir jetzt zur Scheiße. Scheiße. Was ist denn? Was stehst du eigentlich, Doktors? Doktor Kellig. Was ist denn? Was stehst du eigentlich? Boah, ich brauche jetzt ein Tor. Der ist drin. Jawohl. Kann ich von mir? Aber immerhin. So. Ich bin ein Dinoski, der dich gekillt. Erstmal. Das war gut. Ich darf nicht mehr dran. Anscheinend war ich nicht dran. Nee. Also das soll mir zugeschrieben worden. Ich hätte... Ich habe keine einzige Vorlage gemacht, kein einziges Tor, kein gar nichts. Ich brauche die Zeit, ich habe Vorlage und so einen Scheiß. Oder Tore. Ich brauche... Ich brauche dieciamanen, würde ich machen. Also... So was muss ich machen. Vorlage. So was brauchen muss ich bekommen. bringt mir alles nix ich weiß, ob das Schüsse jetzt Torschüsse zählt aber ich glaube, Schüsse zählen glaube ich als Schuss und nicht als Torschuss wenn der Torschuss dastehen gucken gleich mal ob der Mesh kommt nur noch in den Ruckerpass rein bevor wir den Farb beenden ja shit warum bin ich gerade scheiße ok, finde ich immer scheiße, aber hat einer geläftet was aussieht als wäre einer rausgegangen ich habe Fenton Fenton gefickt ins Arschloch ohne Anlauf aber mit Anlauf natürlich das werden wir wahrscheinlich gewinnen warte, wahrscheinlich sicher ist nix das seht das einzige in den Leuten ist dass ihr irgendwann sterben werdet das einzige sichere im Leben das einzige was ihr müsst ihr müsst irgendwann sterben ansonsten müsst ihr gar nix ihr müsst irgendwann sterben wir müssen alle irgendwann sterben das war ein geschenktes Tor da haben wir einfach ja das war geschenkt da wollen sie absingen der kleine Lomme mein Tor mein Tor mein Tor mein Punkt oh oh nein 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 wieder runter dann noch du Jetzt haben wir gewonnen, Leute. Das ist jetzt auf den Safe gewonnen. Sehr schön. So, das ist schon ein Hauptmenü. So. Cool, dann wird es einen Doku gepasst, dann kommt die schon ein Neuer Part. Ja. 2 von 20. Okay, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Mal nicht vergessen. Müsst ihr mal kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.